ahoi leute da sind wir wieder ein paar tage her hat jetzt endlich mal wieder geschafft ein paar folgen mehr aufzunehmen aber jetzt acht tage durch arbeiten das ist echt stressig und nehrig das ist echt noch speicher so wollen wir hier den weg den weg zwei stecks sollten reichen ich weiß gar nicht ob wir den brauchen hier ist dort heile heile machen ich will auf jeden fall die holz dinge haben ich will auf jeden fall die holz dinge haben und dafür brauchen wir holz ok also nur holz ach du scheiße echt groß den ganzen scheiß eisen schon verballert dafür brauchten wir auch dinge arg wow Au! Ja, die sind voll. Oder? Einen Teil Schrott sollten wir noch ein bisschen mitnehmen. Oder? Kann ich auch nicht so wirklich, ne? Was wir brauchen sind halt die Dinger. Jo, nett. Und da. Ja, das wird heute erstmal die letzte Folge sein, wo wir bauen. Ich hoffe, wir schaffen das in der halben Stunde, soweit wie ich das wollte. Und dann werden wir uns doch mal hier ein bisschen was anschauen. Ich will eigentlich schon die Wilde richtig geil bauen, aber ich will noch diese neue Welt anschauen. Die haben sich ja schon richtig geil Mühe gegeben. Und wir haben jetzt nur hier vorne geguckt. Oh, ich will... Ich will sehen. Öh... 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 Öhm... Öhm... Ach man... naja sehr wohl gerade nicht durch was ich glaube eine möwe oder holz nie das ist mir da ein bisschen notfallzeug brauchen wir ich glaube ich ging hier jetzt gleich noch holz ach komm und aber noch holz okay damit gehen wir erstmal rüber haben wir essen nö den gehen wir noch mal hoch oh das ist schön komm brutzel fertig ok das dauert jetzt wohl ein bisschen länger fertig fertig das teil will ich mir jetzt auch gerne auf den tisch knallen kohle weg und den rüber das war äh die da da ist der händler ja danke händler das sieht einfach toll aus und danke für die netten kommentare gefällt mir so wie das lässt das herz aufschlagen hier können wir erst mal ein paar bäume weghauen die wachsen ja noch hoffe ich immer noch so ja 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 wie das schreiben wir eigentlich immer leute wenn ich aufnehme riechen die das so so ach ja hier das ist mir so hälfte dennる mit dem detritte s s s s s so haben wir das schaut aus okay das war weg jetzt sind wir hier schon mal anbauen steht trotzdem so blöd über darunter gehen wir nicht finde ich jetzt dezent blöd hoch geht es noch klar naja gut die werden bestimmt auch irgendwann so ein bau overhaul machen okay hübsches dachlein das ist jetzt nicht das was ich jetzt will wo theoretisch können wir es eigentlich machen so und hier okay denn man sich immer tab drückt denn ja und dann doch auch hier oben waren wir sogar schon so weit fertig die sind jetzt nicht in arschloch reihe ja 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 okay 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 hier wollte ich einen schnitt machen das heißt hier müssen wir ein dächtlein klatschen mal gucken ob wir es hinkriegen ganz toll können wir also gar nicht so und wie das denn was ist das für ein ding okay das ding okay wir haben diese teile da ach die müssen doch einen sinn haben okay wenn das so nicht gehen will dann nehmen wir einfach mal diese verdammten halbwände erstmal hier hier noch mal äh ja hier äh das will wahrscheinlich nicht mit den pfeilern oder haben wir auch halbpfeiler glaubt nicht glaubt nicht ne shit wir gucken mal kurz was äh hier durch der geht natürlich nicht ja weil wir keinen pfeiler haben das heißt ich müsste theoretisch das dach da abreißen was wir jetzt hier haben okay nicht ganz so wie ich das jetzt gewollt hatte ja 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 und ich auch nicht wie ein scheiß so den da weg und den da weg und ich auch so und dann haben wir weg wo wir misst damit bauen und da bin ich speziell ist nur halt wieder hier ein paar pfeiler hier haben wir noch sollte doch eigentlich kommen so denn brauchen wir dass das passt dann müssen wir wieder eine ecke rein kriegen das ist ein schräg ding brauchen wir nicht ich glaube genauso wie ich das haben will werden wir das wahrscheinlich gar nicht hinkriegen er so ich muss aber auch nicht hin das heißt auch blöd stärkter halbbonus statt will ich auch nicht okay also die wänder definitiv noch mal ein overhaul machen müssen ich kann jetzt zwar hier einmal so ein ding hinsetzen da und so so ist jetzt nicht ganz so hübsch wie ich es das eigentlich wollte aber wir haben ein dächlein damit müssen wir leben steht ein bisschen über ein bisschen gut ja uns fehlen halt hier echt neue dachteile lässt sich halt nicht ändern so unten machen wir wohnbereich und küche und die garten und das garten können wir auch erstmal hier schon mal fertig machen genau dann haben wir hier unseren schönen winter geraden wir machen hier wohnen hier wohnen wir und hier stellen wir eine küche hin dann machen wir hier schlafzimmer mit begehbaren kleiderschrank also wenn wir wollen dann richtig wir bauen erstmal mit alles beziehen wir später noch mal drüber nachdenken wo und ob wir dings sind machen fenster ich will es erst mal sehen ja genau gut nein das war eine verstärkte halbwand wieso gehst du denn jetzt schon wieder nicht hier an wir haben wegen einem beschissenen feier der nicht da doch sondern das ging doch doch jetzt auch was das ging doch was wir haben was aber ich Was ging noch jetzt hier hinten auch? So. Gut, heute ein Glas wand. Fertig. So. Da die Welt eh uns gehört, ne? Wie gesagt, wir sind richtige Prolls. Und dann... Ja gut, Gelände haben wir nicht, äh, hier machen wir normale Fenster rein, ja, das machen wir genauso. Das lassen wir dicht, dann Fenster, noch ein Fenster. Und Fenster, und Fenster, gut, und dann das Dach, ach, das Dach wird ja wieder richtig lustig, scheiße, ich glaub wir haben noch nicht daran gedacht, dass man groß baut. Da wird ein überall sonnig, äh, Dach in den Klatschen, nur ein Pfeil angebaut. So. Oh. Dann klatschen wir die Dächer rein. So. Dann klatschen wir die Dächer rein. Was? Die kosten zwei. Das ist nicht dein Ernst. Scheiße. Das ist ja scheiße. Ich dachte, wir sind ausgesaugt mit unseren 80 Eisen. Ja, das ist natürlich wieder das bekannte Problem. In 20.000.000 Stunden produzierst du alles und in zwei Minuten ist alles weg. Scheiße. 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 Haben wir noch irgendwie was Schönes. Ja. Hm. Schaut ja nicht so aus. hier haben wir noch 2 die 3 können wir wegballern da haben wir nichts drin gelegt da haben wir auch nichts da würde ich nicht kaputt machen dass wir auch nicht damit da und wir haben doch hier noch ja dieses auch nicht aus dass wir mit da irgendwas schotten können oder wollen muss ich echt füge was brennen aber was kriegen wir eigentlich wenn wir so eine fertige dinge eigentlich haben ja 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 Das wollen wir wieder reinmachen. Und? Ja, jetzt nicht so viel. Ich wäre ein bisschen eng aus. Hm. Na ja. Nee, das ist unser, das ist vielleicht nicht. Ja, 21 bringen uns jetzt auch nicht wirklich weit. Waschen haben wir oben nur die richtigen Waschen? Shit. Da wären wir noch richtig hart brennen müssen. Okay, vielleicht machen wir doch noch eine Folge bauen und ich werde Offscreen brennen wie ein Bekloppter. Das heißt, ich werde noch mal ordentlich Holz noch nebenbei holen müssen. Also halt fertig, wollte ich das jetzt auch nicht stehen lassen. Ich meine, dass wir die Innensachen, also Innendekorationen noch nicht machen. Okay, da bin ich vollkommen rein. Aber das halte Bedachter stehen lassen ist nicht so mein Ding. So, jetzt gucken wir mal was ganz anderes. Haben die denn jetzt schon das geändert? Nein. Mann. Das ist doch blöd. Ich meine, wieso habe ich das blöde Helm nicht? Wenn es mir nichts nützt. Okay, okay. Nachtsicht? Ich weiß ja nicht. Nicht. Oh. Oh, 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 oh. Oh so! Wie riecht es weg? N? Nein! Scheiße! Ey! Aus! Nein! Oh Gott! Scheiße! Nicht hell! Wie meint das aus? Oh Gott! Okay, 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 N ist es nicht, B ist es nicht, K, J, H, U, ne, I, ne, Z, ne, G, T, F, C, V, X, Y, Ö, P, Scheiße, Moment, äh, das hat Ubelegung, oh Gott, äh, Licht, Alter, dann ernst, Okay, Oder ist er mies, ich meine, es ist schön hell, aber auch sehr grün, aber ich muss sagen, unter Wasser geht das, Okay, so, jetzt sehen wir nichts, Och toll, damit können wir jetzt auch nicht mehr rumspielen, Mist, oh, Alter, okay, das geht tatsächlich, Wobei mich das da oben schon ein bisschen stört, Okay, aber das wird ja dann auch blöd bei mir grün, Hm, na, dann werden wir noch mal so einen Spaß haben, Okay, Ja, dann würde ich sagen, War es das erstmal für heute? Ja, tut mir leid, Äh, ich habe uns denn für morgen noch unser Eisen da fertig, Äh, Holz dürfte ja hier kein Problem sein, Wie es aussieht, Wörter will ich schnell uns, äh, Holz farmen können, Dann sind wir wieder das Dach da fertig, Dann werden wir wahrscheinlich morgen auch noch, äh, Die ersten Inseln im Grund, Erkundschaften können, Ich mache mir noch einen Plan, Wie wir das sinken, wenn es dunkel wird, Irgendwie müssen wir da was finden, Weil Fackel geht ja unter Wasser aus, Schade, Wahrscheinlich, wenn wir da mit den, ähm, Anderen Fackeln rumspielen müssen, Also, gut, Leute, Dann sag ich mal, Danke, dass ihr bei mir wart, Schaut morgen wieder rein, Lasst ein Däumchen da, Kommentare würden mir auch gefallen, Was mir bereits sehr, Schon zu Herzen gelegt ist, Und dann, Schaltet morgen wieder ein, Bis dahin, Ciao, ciao,